Herzlich Willkommen zu einem neuen Shop Video. Ich hatte schon Neuigkeiten gesehen, es gibt ein neues Set, das super cool aussieht und ich würde sagen, wir gucken uns zu uns direkt an. Allerdings, bevor wir das tun, würde ich mich natürlich über ein Abra freuen. Es fehlen noch 5 Abonnenten, dann habe ich 100 Abonnenten erreicht. Würde mich wirklich riesig freuen, wenn wir es diesen Monat schaffen würden. Ich glaube, wir haben noch eine Woche oder so Zeit. Ja, denke ich mal, sollte möglich sein. Und jetzt schauen wir in den Item Shop rein. Genau, hier haben wir das Sternläufer-Set mit einer Lackierung und einer Spitze und einem Skin. Der Skin an sich sieht sehr strange aus, weil er gar keinen richtigen Kopf hat. Er hat ein richtig cooles Backpack, wie ich finde. Hier hinten mit dem Leuchtenden runter. Ich glaube, den kaufe ich mir auf jeden Fall auch. Der sieht absolut geil aus. Hier einfach mit dem... Der hat ja nicht nur einen richtigen Körper, sondern alles im Prinzip in diesem Nullpunkt-Stil. In dem Nexus-Stil. Sieht wirklich super cool aus. Auch das Backpack gefällt mir richtig gut. Sieht auf jeden Fall extrem nice aus. Dann haben wir hier Sternschlag als Spitzhacker. Hat einen coolen Sound, sieht auch echt ziemlich nice aus. Hier hinten auch wieder im Prinzip so ein Zero-Point drin. Kleiner. Sieht echt mega, mega nice aus. Dann haben wir hier das Major-Laser-Paket. Mit dem Major-Laser-Charakter. Der hat auch ein Emote integriert. Nämlich den hier. Den kann man nur machen, wenn man den Major-Laser selbst ausgewählt hat. Dann gibt es noch einen Backpack. Eine Spitzhacker. Hier in dem Mode. Und dann auch die beiden Musiken. Muss ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal extra zeigen. Hat man wahrscheinlich schon genug gesehen. Ich glaube, heute ist auch der letzte Tag, wo es das Ganze gibt. Hier kann man das Ganze auch nochmal einzeln kaufen. Und hier haben wir da noch die Freestylerin. Die ja gestern neu im Shop war. Die ist auch reaktiv. Hat zwei verschiedene Stile. Einmal ein weiß und ein lila. Und ich glaube, wenn irgendeine Musik abgespielt wird oder Klänge, dann leuchtet das hier eben halt so auf, überall. Dann haben wir hier extra Terrestrial. Ganz nice im Mode auf jeden Fall. Dann haben wir Aufheulen. Findet sich ganz gut. Als Nächstes haben wir ewiger Nullpunkt. Und die Lackierung sieht wirklich komplett strange aus. Weil es sich hier einfach, wenn man die Waffe dreht, sich richtig strange bewegt. Das ist wirklich eine sehr strange Lackierung. Ob man damit jetzt unbedingt spielen will, weiß ich nicht, weil es ziemlich verwirrend auch teilweise ist. Aber sie sieht eigentlich auch ganz cool aus, muss man sagen. Ja, dann haben wir noch den Bracer-Charakter. Ist ganz nett auf jeden Fall. Nichts Besonderes. Und als Letzter haben wir noch den tiefen Depp. Ist auch ganz nice auf jeden Fall. Und schauen wir noch kurz in den Rette-die-Welt-Modus rein. Rette-die-Welt spielt ich zur Zeit auch gar nicht mehr, weil man keine vollen Lobbys bekommt. Und es nervt wirklich extrem, wer man dann immer nur zu zweit mal eine Lobby findet. Oder allein dann spielen muss. Und ja, vielleicht wenn man abends spielt, bekommt man noch ein paar Mitspiele. Aber sonst eben halt gar nicht. Ja, heute haben wir hier wieder das Anhänger-Lama. Ist ganz nice auf jeden Fall, wenn ein mythischer Überlebende drin ist. Hier hat sich nichts weiter geändert. Das war's mit dem Video. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.